Musik Herzlich Willkommen im Weingut Wegmüller in Neustadt-Harz. Mein Name ist Stefanie Wegmüller-Scherre. Wir haben Beine und der Familie seit 1685, inzwischen 325 Jahre, elfte und zwölfte Generation. Musik Unsere Vorlieben sind der Riesling, aber meine speziellen Lieblingskinder sind die Scheurebe und der Gewürztraminer. Beides oder hauptsächlich viele Weine von uns werden trocken ausgebaut, aber auch edelsüße Weine sind eine kleine Spezialität unseres Hauses. Musik Tradition heißt für uns nicht die Asche aufzubewahren, sondern das Feuer am Brennen zu halten. Musik 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 Musik